Also man nehme einen 6,3mm Klinkenstecker auf 3,5mm natürlich vergoldet und schiebt ihn einfach durch den Kit. Vorsicht. Ah, habt ihr das gehört? Pass auf. Boah. Gut. Ja, ja. Wollen sie nicht noch was sagen zu der Umgebung? Scheiße. Warum? Viel Beton. Viel Beton. Warum nicht viel Beton? Ja, zum Plattenbau. Plattenbau? Ja. Schwul. Schwul. Ticket. Junge? Ricket. Voll das Ticket, Mann. Nein. Ticket wie Theodor Torbo. Theodor Torbo? Ah, Stapler. Ah, Stapler. Zauberwerung oder? Stapelt. Wolltest du ein bisschen Schleichwerbung machen? Erzähl mir was. Ja, Musikgeschäft. Einkaufen. Das war's. Ihr immer einkaufen. Ganz wichtig. Das ist ein guter Laden. Gute Laden, gute Ware, günstige Ware, immer kompetent. Kompetent. Finde ich gut. Ja. Finde ich gut. Dann steckt er wieder so. Das ist ein Mikrofon anzlos. Kannst du so stecken, dann kommt es da oben aus dem Lautsprecher wieder ansehen. Ja, ja. Ja. Ist gut, Junge. Ja.